Wir werden quasi benutzt, also wir, aus Sicht von Leon. Aber gut, wir haben es ja mit Leon schon durchgespielt, wir wissen, wie es am Ende endet. Und aus Adas Sicht wissen wir es noch nicht. Das erfahren wir jetzt im letzten Kapitel, im fünften. Oh, Mike. Ah! Report, time is almost up. Growser's dead. Really? Hmm, Leon doesn't die easily. That's fine, we can use him to clean up Sadler for us. We'll let them fight it out. Neither one of them will manage to come out unharmed. Easier said than done. By the way, it's your job to clean up what's left of them when the fight is over. Vergiss nicht, wer die Show läuft. Was immer passiert, können wir nicht beide leben, um morgen zu sehen. Unser Ziel ist, die Sampele zu retten. Geh nichts, das mit unseren Plänen interferieren könnte. Von A nach B durchkämpfen. Willkommen! Ich habe eine gute Selektion. Was hast du noch anzubieten? Großen Koffer? Ah komm, wir können unser Geld eh nicht anders rausgeben. Danke! Komm zurück! Ja, ein paar Schätzchen sind ja hier schon versteckt, ne? Auf geht's! Was grinsen so blöd? Warte mal, der erste war doch jetzt gleich hier, oder? Oh, Mann! Der Dicke! Äh, ja! Ja! Ich hab's das Gefühl. Wir ganzen müssen was aus, ne? Sehr gut! Oh, richtig gut! Erste Hilfe. Ich werde nämlich später... Oh, einiges an Heilung benötigen. Sagen wir es mal so. Von daher... Kommt mir das ganz gelegen. Kommt mir das ganz gelegen. Ah, das war ganz gut. Nehmen wir alles mit. Ah, ein blaues Auge in der Mülltalle. Okay. Und das war vermutlich der Schatz, oder? War das der Schatz? Ja, ein blaues Auge als Schatz. Kann dir auch ein blaues Auge geben. Kann dir auch ein blaues Auge geben. Oh, shit! Okay. Ah! 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 Ich hab gesagt, ich muss Energie sparen! Ah! 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 Ich werde mich nicht von so einem scheiß Dynamit-Stängelchen treffen lassen. Wichser! Wenn ich Zeit für so Lust hab... Ah! 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 Oh, shit! Ahh! Wow! Was ist denn jetzt los? Ah, war dein Ernst? Quasi in der Arena? Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Bring nur Nachschub, passt schon! Warte mal! Warte mal! So geht's auch? Ja! 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 Ich hab noch einen, zufälligerweise. Na? Ich hab noch mehr. Ich hab noch ganz viele. Ich hab noch ganz viele Pfeile, Freunde. Ich hör da schon wieder das böse Geräusch. Da war zumindest schon mal einer. Aha! Da bist du. Oh, dein Ernst? Okay. Okay. Ohne Handkrawade. Ohne Handkrawade. Nee. Ich hab noch mal auf. Laden überall durch. Vielleicht find ich ja immer noch ein bisschen Heilung. Ich werd sicherlich heilen. Ohne Handkrawade. Ohne Handkrawade. Ohne Handkrawade. Ohne Handkrawade. Ich hab noch einen. Ohne Handkrawade. Ohne Handkrawade. Sehr gut. Die Stimme kommt jetzt aber gar nicht an. Oh Gott. Ohne Gas. Woah! Ohne Ablauf! Hein! Guts Beer! Au. Fick! Ehh! Ihr Schweine-Typen, ey. Ich hasse sie. So sehr. Erstmal in die Nudeln, damit er Ruhe gibt. Boah. Oh Gott, dass das geklappt hat. Oh Gott, wir können denn hier einfach so einen Typen reinstellen, wenn ich flüchten muss? Jungens. Oh Gott, ich hab's gesehen. Ich muss doch nicht so komisch nachfragen, dass ich ein bisschen mehr Zeit habe zum Ziel in die Ombre. Scheinbar nicht. Genau. Einfach. Klack. Das ist 4.000 Uhr. Das ist echt arm. Gibt hier noch irgendwo irgendwas schnuckeliges Abstand? Ah, ein grünes. Immerhin, immerhin, immerhin. Nehme ich alles mit. Nehme ich alles mit. Alter, ey, da, ey. Und ich hab schon gedacht, Leon müsste Arbeit machen. Oh fuck. Der kommt ja um die Ecke. Der kommt ja um die Ecke. Der kommt ja um die Ecke. Wir können weiter. Gott, Hilfe! Lack Attack. Jungens. Wenn ich euch auch nur höre. Habt ihr sowas von verdient? Scheiß Explosionspfeil ins Gesicht. Nichts. Ein Hubschrauber, Frank. Wohl amerikanisch. Was ist hier geschehen? Ja, ne? Mike hat gepennt. Sagen wir es mal so. Und was? Ja. 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 Das kann ich grad sagen, da ist doch bestimmt auch wieder ein Schatz. Guck mal in der Ecke. Oh, Vesca. Natürlich dürfen wir auch gegen Vesca kämpfen. Oh nein, ich bin nicht. Ja, gebt mir noch mal ein paar Pfeile. Leon, you okay? Yeah. Ja. 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 Sorry, Ada. Ja. Wir müssen diesen Parasiten aus dem Körper. Ja. Ja. Aber bevor das, ich muss Ashley abschaffen. Okay. Lass uns aufhören. Ja. Hey. Ja. Ja. Woh. Willkommen. Ich habe eine Selektion. Was kaufen Sie? Ist das alles? Danke. Kommt immer wieder. Eine Blendgranate könnte ich bei den Kollegen auch mal testen. Warum nicht? Ein Hühnerei im Schranki. Echt jetzt? Ähm. Nee, oder? Das Zielfernrohr... Ist mir aber ein bisschen zu... zu sehr zielig. Oh Gott. Kannst du mir ein bisschen... Kannst du mir ein bisschen die Unterhose gucken. Kommt die ja schon raus? Nee, ne? Ja. Äh. Mir ist alles recht. Hauptsache kein Regenerators. So. Kommt mir ein bisschen dumm. Scheiß Tür ist offen. Scheiß Tür ist offen. Bums. Die hängt da ein Pimmel aus dem Hals. Echt jetzt? Aber die Schrotflinte... Klatscht trotzdem gut rein. So. Das sieht doch... vernünftig aus hier. Langsam, aber sicher. Mhm. 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 Grünes Auge. Nur leider fehlt mir wieder das Gefäß, wo ich die ganzen Teile reinsetze. Alter, da liegt einer. Besonders der Mund. Gut. Das kann ich mir nicht länger anschauen. Da ist so ein Regenerators. Du hässlicher. Du richtig hässlicher. Diese Musik, ne? Oh. Das war stylisch. Dann kriege ich... Oh, da rollen sie mir die Zähne hoch. Oh nein, nicht der Raum. Bitte nicht der Raum. Die große Arena. Gut. Oh, Krauser. Ich bin sorry. Ich spielte die Schraube, als ich dich tot zu Wesker reportete. Ähm, Ada? Müssen wir wirklich? Oh. Hm. Think of all the paperwork I would have to fill out if you were to show up alive.